Ein Tag lang Pfand sammeln. Let's go! Das war gerade ein glatter Euro. Hey, mitten im Busch. 8 Cent. Pfand sammeln ist echt nicht mehr das, was es war. Wenn hier überall Sammler sind. 8 Cent, 16 Cent und nochmal 25 Cent. Yes. Wieder hier was im Bus heute. Einfach ein Oster. Das ist auch ein Pfand sammeln. Den habe ich letztens 2 Euro gegeben. Cool, den mal wieder zu sehen. Yeah, let's go! Hey, nochmal 24 Cent. Yeah. Oh Gott, das ist doch eine Spur eines Talerhons. Ey, würdet ihr den mitnehmen? Sagt die Wahrheit. Würdet ihr das mitnehmen? Wir sind hier mitten im Wald. Nice. Nochmal. Yeah. Yeah. Oh la la. Direkt noch eine gesichtet. Direkt noch eine gesichtet. Das ist ja nicht so. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020